So Leute, bevor das Video startet, haben wir wieder eine kleine Werbung für euch, nämlich Discord. Kommt gerne auf meinen Discord, der Link ist in der Videobeschreibung. Es wird bald neue Formate geben, nämlich machen wir den Meme-Tag in der Woche aus. Ihr habt dann Zeit, immer eine Woche oder zwei Wochen, um Memes einzusenden auf meinem Discord-Channel. Und die werden wir dann im Stream live anschauen, sei es Bilder oder Videos mit anderen Streamern zusammen. Können Clips sein oder auch nur von mir. Müssen halt auch so geschnitten sein, beziehungsweise müssen auch Bilder sein, die ich im Stream zeigen kann. Die werden natürlich geprüft, ich freue mich drauf. Kommt gerne auf meinen Discord, nicht nur Custom Games, sondern auch der neue Meme-Day. Ich freue mich, haut rein. Das hat mir gut, dein Gemotz. Ich freue mich, haut rein. Hallo. Hallo, guys. Also, ich war gerade noch Electrical. Dann ging dieser Alarm aus. Ich habe noch Tim Jacken gesehen. Und Stegi. Wo liegt die Leiche? Ich bin wieder von Electrical rechts. Und da liegt die Leiche im Storage. Warte ganz kurz, bevor du weiterredest. Für den Kill eigentlich Clear sind Fabo, Max, ich und du. Du stehst doch gerade im Storage, wo die Leiche liegt, oder? Nein, stehe ich nicht. Ich bin jetzt gerade fast in Admin drin, um die Dings zu fixen. Oh, Tuch. Aber wir sind doch, Chef, du und ich sind, ich und Chef sind gerade von Shields nach Storage. Ich bin hoch nach Admin und du bist nach unten gerannt. Ja, ich wollte erst den Kanister auffüllen, dann ist der Dings angegangen, der Alarm. Dann bin ich direkt wieder hochgelaufen. Ja, weil er jetzt den Kill machen könnte. Wo soll ich den Kill gemacht haben? Ich bin eine Sekunde runtergesteppt und dann wieder instant hochzuend. Irgendwann war in den Camps, der muss das doch dann gesehen haben. Stopp, mal kurz, stopp, mal kurz. Äh, Tim, in welche Richtung bist du gegangen? Ich war links. Stegi und ich sind direkt nach links gelaufen. Ihr seid nach links gelaufen? Ich habe nur rot gesehen. Ich habe nur rot gesehen. Ich habe nur rot gesehen. Aber mal kurz. Ihr seid nach links gelaufen, obwohl O2 an war. Warum? Nein, da war O2 noch nicht an. Achso, da war O2 noch nicht an, okay. Aber, ähm, Chef, wann bist du aus Storch rausgekommen? Weil die liegt direkt oben beim, also kurz bevor man hochgeht zu Admin. Ja, da muss die Chef Strobe gewesen sein. Oh Mann, hör mir zu. Ich war noch gar nicht in Admin. Ich kann's gar nicht. Ihr hört mir jetzt mal zu. Ich hatte nämlich noch eine ganz markante Information. Wer ist nach rechts gelaufen und wer ist nach links gelaufen? Und wer ist am Anfang nach unten zu Admin gelaufen? Nach Admin und zu Electrical. Noch? Kann das jemand bezeugen? Nur die Leute, die in Elektrical reingekommen sind. Ist dann am Anfang eine ganze Zeit am... Am Anfang nach rechts sind gelaufen. Ich, der Strobe... Ich bin auch nach rechts gelaufen. Ich bin Weapons lang gelaufen. Nee, wir haben... Wir hatten hier ein paar sehr gutes. Lass... Magst ausreden. Ich hab nämlich vieles Leiche gerade gefunden und ich dachte, ich hätte reportet. Ah. Ich war am südlichen Ausgang Cafeteria. Und es ist keiner nach Süden gelaufen, außer Unge. Nein, nein, wir sind ein bisschen mehr nach Süden gelaufen. Die Cam sagt, es ist nicht Chef. Die Cam sagt, es ist nicht Fabio. Die Cam sagt, es ist nicht Tena. Meine Intuition, auch weil Trimax die Leiche gefunden hat und wie Trimax sich bewegt auf den Cam sagt, es ist nicht Trimax, es können nur Stegi, Tim, Jacken oder Unge gewesen sein. Nur Unge oder Stegi und ich können uns beide sehen. Ich hab aber die Cam angesehen, als ich runtergelaufen bin. Also ich hab gesehen, dass du am Anfang drin warst. Ich war am Anfang auch Weapons und Max hat den Download gemacht. Aber Chef, Chef, du hast doch gesagt, du bist kurz vor Eben Eingang. Ey, es können nur Stegi, Tim, Jacken oder Unge sind. Ja cool, also ich bin unten an dem Ding. Ich hab mich halt leichter gesehen, wirklich. Ich hör doch auch... Und der Schuhe hätte auch mich getötet, wie den letzten nach unten. Okay. Raw Moment. Bro. Wer macht denn so... Okay, wer so früh Oxygen called, ist den ja noch alive? Warte mal. Ey, was, was, was war das denn? Hä? Bro, Hilfe! Ich glaube, dass es Dena ist. Ich bin Reetalk so. Ich bin überzeugt, dass es Dena ist. Ja, das war alles blöd, ne? Was? Ich bin gerade von Storage Richtung Elektro gelaufen. Ja. Und hab gesehen, wie TJ und ich weiß nicht, wer der andere war. Ich? Ja. In die Richtung gelaufen sind. Und auf dem Weg Richtung Elektro habe ich, ich weiß nicht, wie ich ihn nicht gefunden habe. Also, warte ganz kurz. Ja, warte. Warte, 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 warte. Hören, zuhören, zuhören. Bevor wir weiter talken. So. Ich war Admin mit Tim, Trimax und ich. Ich hab Card Swipe gemacht. Wir haben U2 gefixt. Tim und ich sind dann von Admin runtergelaufen. Wer kam uns denn gegen, Tim? Ich war erst U2 fixen und bei mir sind Leute reingekommen, als wären wir U2 gemacht. Ich hab den Code eingegeben. Oben rechts kannst du aber nur gefixt haben, oder? Ich hab oben gefixt, U2. Und ich hab mich noch gewundert, warum das weiter handelt ist, weil ich dachte, es reicht. Tim, wir beide können es nicht sein. Wir waren mit Max und Admin zusammen in Electrical rein, das wurde die Leiche reportet. Ich bin in Electrical hochgelaufen. Darf ich eine Frage einmal stellen? Oh, nein, natürlich liegt die Leiche. Ich hab sogar gesehen, wie steht die auch genau. An welcher genau. An welcher? Für mich war es ein Self-Report. An welcher Leiche? An welcher, genau. Dann kannst du Stegi gewinnt sein. Wenn du Electrical reingehst. Stegi hat doch eben, Karusa hat eben Stegi gecalled. Also entweder ist Tim Jacken mit Self-Report. Nein, 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 nein. Das wäre zu heftig. Ich bin ja, ich bin ja auch von unten hoch. Ich bin mit denen gerade hochgelaufen zu Admin. Simon war in Storage. Ja. Und ist dann, ich bin zu Admin hoch und fast auf. Da muss es Stegi sein, weil ich bin mit Tim Jacken alles gelaufen. Außer Tim Jacken hat. Ich bin nicht sicher, von wo Simon kam. Ich kam von rechts. Chef, kannst du T-Check derzeit decken? Ja, 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 100%. Wir waren zusammen in Admin. Außer, außer, außer. Ja, kann ich. Ich bin hoch. Ich bin gerade elektriker rechts oben reingelaufen. Nein, du bist es. Ey Stegi, da muss es ja so sein. Wenn irgendjemanden Stegi decken für diese Runde, ne, oder? Also warte kurz. Es gibt zwei Optionen. Entweder hat Tim Jacken gekillt. Und Stegi hat Instant-Reportet. Aber eigentlich machst du das nicht. Oder Stegi hat direkt gekillt und hat dann Instant-Reportet. Was mir eher eigentlich in den Sinn kommen würde. Stegi hat auch gesehen, dass die Leiche schon tot war und ich von oben kam. Warte mal kurz, warte mal ganz kurz, warte mal. Ich fand gerade Stegi ultra-sass, aber jetzt sagt Tim aber... Nein, nein, ich bin auch für Stegi. Vor einer Sekunde ist vielleicht nicht passiert und jetzt sagt Tim Jacken, ich bin von oben gekommen und Daten-Reportet. Hör zu, Unge, hör zu, was Caruso vorhin gesagt hat. Es muss Stegi, glaube ich, sein. Es kann nur Stegi sein. Wir haben auch Stegi gemacht, aber jetzt auf jeden Fall. Danach ist noch einer offen. Fabo ist auch ein bisschen ruhig. Dana oder Fabo, einer von beiden. Wir verstehen den Camps, die ganze WTF. Oh, Malone, oder? Wieso denn mich? Ich glaube, es ist Simon. Es müsste, glaube ich, noch Dana sein. Ja, es ist Dana, 100%. Bro, keiner callt so frohe Sabotage. Es muss Dana sein. Es muss Dana sein. Es ist halt die wilde Theorie, aber es muss Dana sein. Es ist die wilde Theorie, Chat. Ich call sie jetzt. Es muss Dana sein. Ich call sie jetzt. Sie ist wild. Ich habe eine ganz wilde Theorie, aber Unge, erst deinen Call. Ja, ich habe den Button schnell gedrückt. Ich bin links gelaufen, ich habe gesehen, dass Tim auch noch in die Richtung läuft. Dann dachte ich, ich renne zu Button. Ich habe gerade Angst, dass ein Double-Click passiert. Nee. Das Ding ist einfach. Es muss auch noch ein Kill passieren. Ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr wilde Theorie, dass es noch Dana ist, weil der super früh immer so Sachen callt, wie so irgendwelche... Hä, wir skippen, wir skippen, wir skippen. Ich will nur sagen, dass es noch mein Sass erhöht. Moment, kurz, Moment, kurz, mach mal. Das erhöht mein Sass. Warum machen die einen Reaktor an? Ja, ja, aber so schnell, auch vorhin O2-Instant angemacht. Das macht alles gar keinen Sinn. Und Dana hat immer gesagt, er ist ein Noob. Deswegen ist für mich halt Dana highly sass, aber ich skippe. Das ist doch nicht so ein Meta-Ding, jetzt mich rauswollen. Ich habe die ganze Zeit normal meine Sachen gemacht. Ja, ja, ich habe auch geskippt. Ich habe jetzt auch wirklich geskippt. Es gibt null Beweise irgendwas gegen mich. Also vielleicht machst du das, weil du selbst im Proster bist. Wir müssen doch bei fünf Leuten nicht voten. Ja, ich wollte auch jetzt. Ich habe auch jetzt geskippt, habe ich Instagram gesagt. Aber wie gesagt, Dana ist für mich jetzt gerade auf Sass Nummer 1. Für mich. Aber warum Sass? Nur wegen, du sagst, ich bin Sass, weil du nicht zum Charakter her würde ich das machen. Weil du bist uns auch vorhin, du bist auch, als wir Electrical auch gegangen sind, kamst du uns auch entgegen von da unten. Und da war auch die Leiche, weißt du? Nein, ich kam nicht da entgegen. Ich bin über Shields gekommen, habe mit Stolz meine Aufgabe gemacht, Simon hat mich da gesehen und bin hochzuhelfen. Ich war nie bei Electrical in dem Gang. Ja, der zweite Killer kann auch denen nicht gewesen sein. Das war Stegi. Ich denke auch, dass wenn Tim Jacken safe ist, ist Stegi 100% Impostor. Ich hatte gerade aus Schiss, Sputton. Ja, okay. Das Ding ist, die müssen eh nur einen Kill machen, weißt du, wie ich meine? Es reicht einen Kill, falls noch zwei Impostor leben. Ja, das ist halt so ein bisschen die Sorge. Aber ich glaube, dass wir mit Stegi richtig gelegen haben. Ich glaube nicht, dass es zwei sind, sonst wären wir doch gerade gekillt worden, oder? Ja, eigentlich auch. Die Impostor haben zu früh Reaktor angemacht. Und ich habe sofort Button gespammt. Ja, aber warum? Wir woten doch hier so und so. Ja, jetzt macht Skip, 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 Skip rein in die Skip Olga und dann weiter geht's. Oh, schwierig, Alter, jetzt gerade. Oh mein Gott, ich habe richtig Schiss, dass die zwei Impostor sind. Ich weiß auch gar nicht, wen ich jetzt vertrauen kann, wen nicht. Ja, keinem. Ich vertraue niemandem. Nicht mal dir selbst. Ich kann nicht mehr vertrauen, die da runter. Tim, skipp, skipp, skipp. Oh, oh. Interessant. Ich habe mich selber gewotet. Okay. Ja, wow. Ich habe geskippt. Ihr habt auch geskippt. Ich glaube, dass es Dehner ist. Ich glaube, dass es Dehner ist. Ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass es Dehner ist. Es kann aber auch Tim Jackson sein. Licht ist aus. Tim Jacken ist oben, Licht ist aus. Jetzt wird es interessant. Licht ist aus, jetzt wird es interessant. Unge. Ich sehe keine Leiche. Fabo kommt. Fabo kann es auch sein. Ne, Fabo ist safe. So. Ganz kurz den Trick. 17 anbinden den. Okay, Fabo kommt raus. I don't know. Ich dachte echter, dass Dehner ihn tötet. Oder? Jetzt ist es ja gerade ein bisschen weird. Die Scheiße ist hier gerade richtig am Dampfen. Ach, Scheiße. Ich weiß nicht, wer mir entgegengekommen ist. Aber es muss Unge sein. Oder? Ich bin dir entgegengekommen, aber lass mich ganz kurz erklären. Ich war mit Chef, mit dir. Zwei Leute sind mir entgegengekommen. Ja, Chef Strobel und ich. Und ich bin links gerannt mit Chef Strobel, weil er getankt hat. Und ich wollte mit ihm nach links laufen. Aber er hat Oxygen an. Er ist direkt umgedreht. Und ich habe aber oben noch schnell die Task fertig gemacht. Und bin dann auch unten wieder lang. Und dann bist du mir entgegengekommen. Es muss Unge sein. Ich habe diesen Flippichwitch bei O2 unten. Es muss Unge sein. Es muss Unge sein. Warum? Warum? Weil Dehner, Fabo und ich waren gerade zu dritt zusammen. Weil ich gerade stehe. Wo? Rechts oben bei O2 und schalte aus. Ja, hast du den Kill vielleicht schon früher. Tim Jacken ist vorhin nämlich Dings gegangen. Ich bin mit ihm nach links gelaufen. Dann ist er nämlich Mad Bay gegangen. Ich bin dann weiter runter gelaufen. Dann habe ich Dehner und Fabo in Electrical getroffen. Dann habe ich die beiden alleine gelassen. Habe mich unten an die Tür gestellt. Habe gewartet, ob jemand rauskommt. Dann kam Fabo raus. Dann bin ich nämlich nach rechts gelaufen. Habe getankt. Fabo hat sich zu mir gestellt. Habe mich beobachtet. Ich bin nach links gelaufen. Mit Fabo. Oxygen geht an. Ich lauf nach rechts. Fabo und Dehner sind da. Dehner callt die Leiche. Dann kann es eigentlich nur du gewesen sein, Unge. Die Leiche war zwischen Reactor und Security. Das muss Unge gewesen sein. Eigentlich nur noch von der Zeit her. Du kannst nicht gewesen sein. Dehner, Fabo kann es nicht gewesen sein. Ich bin nach rechts gelaufen. Unge war alleine. Er hat kein Alibi. Direkt so geschrien. Dann Dehner kannst du Unge voten. Dann muss er sagen, well played Dehner. Das ist dein Win. Ich wollte auch, Simon. Ja, ist gut. Nice. Oh mein Gott, das war die schlechteste Imposter-Runde von allen. Das freut du dich. Oh mein Gott, wie schlecht. Die Imposter so schlecht. Alter, habe ich das wieder wie Sherlock Holmes aufgewirbelt. Unlucky, dass wir... Das war zu obvious, ey. Ja, unlucky, dass ich da Dings gefunden habe. Das ist mein Unge sofort auf mich.